Werte Lords und werte Ladies, willkommen zurück zu Mountain Blade, wo man Pferd und Schwert mit dem Franz Josef, da steht er mit seiner lustigen Truppe vor den Toren Vergex. Ja, wir haben geheiratet beim letzten Mal. Ja, vorbei das Lot-Leben, das Junggesellen-Dasein, Franz Josef muss künftig seine Kleidung nicht mehr selber waschen, sondern das macht jetzt unsere Huldi, die Lady Afrid. Das ist schön, das freut uns. Ja, und zur Feier des Tages gab es eine wilde Party in Vergex und zudem ist da auch momentan ein Turnier am Start. Das freut mich, da werden wir doch gleich mitmachen, zumal mein Werterberater Reinhard auch beim letzten Mal geschrieben hat, warum ich da etwas weniger entlohnt wurde beim letzten Turniersieg. Nur 2.000 anstatt 4.000, das lag daran, dass wir eine Runde nicht gewonnen haben und das aufgrund der Wettquote jetzt weniger abfällt. Man scheint uns jetzt zu kennen und wahrzunehmen als wilder und erfolgreicher Turnierrecke. Irgendwie so, ne? So, können wir mal wegdübeln, jawohl. So, der muss auch dran glauben, das Bett ist auch kaputt. Der ist auch kaputt. Interessanter herrscht das übrigens. So, wer kommt denn da? Na? So, der ist auch weggedübelt. Ne? Wir zwei haben gewonnen, Werterrecke. Sehr schön. Dann können wir mal die nächste Wette platzieren. Die zahlen nichts mehr, die Burschen, die zahlen nichts mehr. Aber gut, ist ja nicht so, als dass wir noch ein Geld bräuchten. Oh, das ist ja eine gemeine Zusammenstellung. Ne? Wir haben hier zwei Pferde mit am Start. Und der Gegner gar keine. Das ist mal richtig fies. Ja, ja, das ist weggedübelt hier. Der Jeremus. Was? Wie Jeremus? Jeremus hat mitgekämpft, echt? Ach, wir haben den Jeremus plattgegeben. Oh. Äh, das tut mir sehr leid, Werter Jeremus. Aber so könnt ihr euch etwas mehr ausruhen, ne? Für die nächsten Kämpfe auf dem Felde und so. So, der ist kaputt. Franz Josef macht sich so langsam, ne? Der alte Kämpfer. So, und? Jawohl, weggedümmert. Gedümmert, genau. Weggedümmert, wollte ich sagen. Und hat unser Pferd kaputt gemacht. Aber gut, die Kollegen hier haben alles im Griff, ne? Wer ist noch dabei eigentlich? Der Trenton. Natürlich, wer sonst, ne? Trenton, Xerina, auch alles Bekannte. Jarl Torigo ist auch dabei, okay. Nächste werde ich platzieren. Auf geht's. Ah, jetzt hat man uns das Pferd es beraubt, so wie es aussieht. Super. Aha, das hättest du gedacht, gell? Das ist ja meine Runderhaus, von wegen. Hey, das ist doch der Torigo. Oh, oh, okay. Ja, ja, jetzt haben wir sauber verloren. Okay, ja, wir hatten eine schlechte Truppe. Ich schiebe es auf die Truppe. Mist. Jetzt haben wir uns von dem auch noch weghauen lassen. Na, sehr ärgerlich. Aber gut, gehen wir noch schnell zum Gelage. Ne? Vielleicht können wir mal kurz ein paar Leuten noch Grüß Gott sagen. Servus, jawohl, hier Beziehungsanstieg, weil wir Diri mit gemeinsam verteidigt haben. Mit ihm, das sind die Mädels. Von denen wollen wir nichts mehr, gell? Wir haben unsere Ische, deswegen, ja, ja, von dir wollen wir auch nichts. So, und du bist der Erik. Hey, Servus, Schwager. Habe die Ehre. Ne? Alles gut. Ja, das freut uns aber. So, der Gundur. Mit dem können wir auch nichts quatschen. So. König Ragnar. Servus. Wer kriegt Ruwa? Ja, Gundur. Ja, finde ich ja auch. Doch, doch. Gundur, guter Mann. So, und du bist der Torego. Du hast mir gerade eine runtergehauen, du Böser, ne? Aber den mag ich sowieso nicht. Stimmt. Dem habe ich ja die Frau ausgespannt. Oder wir haben uns irgendwie besser verkauft bei Lady Astrid. Genau, so ist es. Astrid zeige ich schon wieder. Afrid meine ich natürlich. Entschuldigung, Afrid. So. Wir haben noch ein paar Seeräuber am Start. Was macht das Inventar? Ich muss gerade schauen, wie wir ein bisschen aufgestellt sind. Oh, zu essen ist genug da. Wir haben sogar noch ein paar Klamotten hier. Sapperlott. Und wir hätten noch ein bisschen Seide im Angebot. Ja, das packen wir dann gleich in die Färberei mit ein. Ja, da liegt schon ein bisschen Seide. Farbstoff ist auch da. Servus, Färbemeister. Pass mal auf hier. Ich hätte hier noch was. Äh, zack. Dankeschön. Ne? Danke. Servus. Auf Wiedersehen. Adios. Genau. Dann Truppe. Schauen wir mal unsere lustige Gurken-Truppe durch. Die Irmi hat doch bestimmt so ein Crap. Ne? Die 36, 11. Da haben wir doch bestimmt was Besseres. Da schauen wir mal hier. 37, 12. Ne? Alles klar. Ist doch schon mal besser. 14er Stiefel hat die Dame auch. Ein normales Schwert hat sie. Ich hätte noch ein rostiges Schwert. 27, 19. 27, 22. Okay. Du darfst das Zeug behalten. Kannst du werfen. Kannst du auch nicht. Ach, irgendwie. Du kannst einfach gar nichts. Deswegen bist du wahrscheinlich auch bei uns. Reiten kann sie. Stufe 1. Ne? Kannst du Stufe 2 reiten? Ja, können sie sogar. Schau an. Sie kann Stufe 2 reiten. Ne? Dann kriegt sie auch gleich ein besseres Pferd. Sehr gut. Danke. Und dann würde ich sagen, wir verchecken den ganzen anderen Blödsinn noch schnell beim Warenhändler. Ne, das Zeug, was wir nicht mehr brauchen. Weg. Und weg, 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 weg. Genau. Alles weg. Das gibt Geld hoffentlich. 400 Dinare. Wir hätten ein bisschen Salz da. Bis 150 kaufen wir mal ein. Oh, Käse ist im Angebot. Kaufe ich auch Käse. Trauben sind im Angebot. Kaufe ich auch mal ein bisschen Fisch. Jetzt habe ich keinen Platz mehr, oder? Echt tatsächlich. Unglaublich. Na gut. Kein Fisch mehr. Dann geht's... Erstmal nach Kurav. Und dann schauen wir zu Burg Tilbot oder Baut oder wie auch immer. Also zu unserem lustigen Heime quasi. So, jetzt geben wir ein bisschen Gas, Franz Josef. Auf geht's. Ne, wir sind ja momentan nicht im Krieg. Sprich, momentan ist gerade Frieden. Also die Zeit, wo man kein Geld verdient. Genau, richtig. Außer natürlich, man hat diverse Läden am Start, so wie wir. Ein paar Betriebe. So, hier waren wir Salz los. Weg damit. Und weg damit. Und weg damit. Also kleines Geld gemacht. Sehr schön. Da, einmal, zweimal Käse raus. Ist da auch schon ein bisschen Trauben raus. Da kann man kleines Geld machen hier. Ja. Sieht gut aus. Okay, da gibt's Eisen. Aber Eisen ist so schwer. Gewicht 60. Ne, sieht man schon. Also das Gesamtgewicht, was man da mit sich rumschleppt, das wird wohl ebenfalls irgendwie berechnet. Und verlangsamt den Trupp dann in Summe. Sehe ich das hier irgendwo, was ich Gesamtgewicht habe? Ne, sehe ich hier nicht, gell. Sehe ich wahrscheinlich bloß im Inventar, oder wie? Gesamtlast, ne, 41. Das ist wahrscheinlich das, was ich hier an Klamotten dabei habe. Gewicht 25, 3, 5. Ja, ja, das ist das Gewicht, was ich hier mit mir rumtrage. Na gut, okay. Ähm, wir gehen nach, erst einmal nach Tillbaud. Genau, wir gehen nach, zu unserer Burg. Schauen wir mal vorbei. Weil da müsste jetzt ja eigentlich die Lady auf uns warten, ne? Eigentlich. Jetzt hast du mal Garnison stationieren. Wir haben ja wieder ein bisschen aufgelevelt. Mache ich zumindest, ein WG Meisterschütze, der geht in die Burg. Dann ein... Das war der Scharritter, die gehen alle in die Burg. Ne, die Elite-Truppen stationiere ich jetzt hier in der Burg. Du könntest noch Scharfschütze werden. Du zum Beispiel bist schon Scharfschütze, du gehst auch in die Burg. Na, ich versuche jetzt hier einfach mal so unsere Elite-Truppen zu stationieren. Die Seeräuber gehen in die Burg. Haben wir 20 Seeräuber zur Not, ne? Falls wir mal ein bisschen Kleingeld brauchen. Lenkler können wir schon befördern. Krieger können wir befördern. Ich versuche halt dieses Pack jetzt so langsam hoch zu züchten. Dass wir immer gute Kämpfer in der Reserve haben. Dass wir uns die aus der Burg holen. Auch wenn wir natürlich dann halt stoppt. Auch wenn wir dann natürlich auch Gefahr laufen. Dass uns die Burg halt mehr kostet. Der Unterhalt der Soldaten. Als was uns die Burg Einnahmen bringt. Aber das kompensieren wir ja dadurch, dass wir etliche andere Einnahmen haben. Durch die Betriebe zum Beispiel. Hallo Afritz, grüß dich. Da bist du da oben, ne? Genau, jetzt kann ich hier überlegen, wie wir unseren Rang im Königreich verbessern. Oder ich kann ein Gelage geben. Oder ich kann eine Inventur unseres Haushaltsbesitzes machen. Das mache ich auch gleich mal. Und zwar werde ich da einfach mal ein bisschen was zu kahlen. Also zu essen. Bunkern. So, klatschen wir das ganze Zeug da rein. Genau, zack. Haben wir nämlich wieder ein bisschen mehr Platz. So ein bisschen Kohl nehmen wir noch mit. Kohl. Einmal Äpfel. Fisch kommt da oben hin. Ja, beziehungsweise, na, Fisch wird eingelagert. Genau, haben wir noch einen Fisch? Da haben wir noch einen Fisch. Da hätten wir sogar noch Getreide. Kommt es doch noch da rein. Ja, Sapperlot. Ist das ein blödes Ding, mit dem hin und her sortieren. Eins, zwei. Trauben. Das essen sie alles selber. Dann gibt es noch ein bisschen Käse. Äpfel kommen wir da oben hin. Dörrfleisch. Trauben. Käse. Dann sind die Jungs wieder motiviert. Wir haben ein bisschen aufgeräumt. Und wir haben zu Hause in der Vorratskammer auch eine Kleinigkeit. rumliegen. Sehr gut. Okay. Wie sieht es mit dem Gelager eigentlich aus? Eine wunderbare Idee. Genau. Wir sollten die Gäste nicht beleidigen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie und ihre Familien und das Gefolge gut versorgt sind. Okay. Die Menge an Nahrung ist großartig. Also wir haben genug im Inventar, aber die Vielfalt ist kaum ausreichend. Menge an Getränken, welche konsumiert werden, ist mickrig. Die Vielfalt mickrig. Menge an Gewürzen ist mickrig. Menge an Öl für Lampen ist mickrig. Okay. Insgesamt wird unser Tisch als mager angesehen. Vielleicht sollten wir noch warten. Warten wir also. Genau. Also da müsste man noch ein bisschen was besorgen. So ein Gelage geht aber ganz schön ins Geld, stelle ich fest. So, was können wir denn so tun, ne? Und so. Nur mein Fürst, ihr seid euch wohl das Zwist zwischen Yalturja und Yalaerik gewahrt. Naja, die mögen sich wohl nicht. Und die sollen wir jetzt irgendwie versöhnen. Okay. Moment, mit dem Eirik, das ist der Schwager und der Turja, das war der ehemalige Marshal. Bei dem haben wir, glaube ich, auch ein Stein im Brett. Da müssten wir zu beiden gute Beziehungen haben. Das müsste gehen. Andernfalls, wenn wir es nicht schaffen, dann könnten wir unter Umständen Beziehungen verlieren. Aber ich glaube, das packen wir. Weil der Turja und der Eirik, ne? Mit denen können wir. Also die Mission, die nehmen wir mal an. Wie lange haben wir da Zeit? Ach, wir haben da gar kein Zeitlimit. Okay. Dann ist es ja noch besser eigentlich, ne? Das ist ja überhaupt kein Problem. So. Aus Uxhal gehört jetzt, äh, Kergit. Oh, die Roddok fallen zurück. Kergit breitet sich aus. Interessant. Naja, was, was, äh, läuft ihr hier spazieren? Große Truppe um Rewadin. Muss man aufpassen. Na, ich habe mir gedacht, wir schauen einfach mal kurz vorbei, was hier so schönes gibt. Aber, Brot gibt's. Naja, aber brauche ich momentan nicht. Okay. Gut, dann, ähm, Na, Erik ist, glaube ich, hier oben irgendwo. Bei Aalburg hat er, meine ich, sein Lager. Oder sei das seine Burg? Svadin und Roddok haben Frieden geschlossen. Okay, gut. Ist da also auch erstmal Ruhe? Die, die alten Schwaben, die würden sich freuen. Wir sind weniger gekloppe. Ah ja, Uxhal wird zurückbelagert von Roddok. So, wo ist der? Ah, da, schau mal, da kommt die ganze Bande jetzt. Okay. Ne, die waren eben noch beim Gelage. Da ist der Erik. Da ist der Turja, okay. Ui, der hat 176 Truppen. Echt? Wow. Ist ja super, wenn die alle auf einem Platz sind hier. Kann man gleich die beiden Burschen miteinander wieder versöhnen. Genau, plus 15. Plus 16 jetzt. Die große Schlacht von Ushkuru. Genau. Ja, ja. Du pass mal auf mit dem Erik. Erik, das ist eine gute Spezie von mir, gell? Mit dem seine Tochter habe ich geheiratet und so. Ne, also so schlimm ist das doch gar nicht, ne? Ja, der ist viel zu weichherzig. Jetzt hör mal auf. Hmm. Könnte ich euch nicht davon überzeugen, eure Meinungsverschiedenheiten beizulegen? Ich beuge mich eurem Urteil, um unsere Freundschaft willen. Ah ja, guter Mann. Sehr schön. Ja, dann quatschen wir mit dem anderen auch noch. So, wo ist unser Schwager? Ja, da drüben irgendwo, gell? Wo ist er denn? Da ist er. Zack. Quatschen wir mit dem noch und dann haben wir wieder zwei Jarls zueinander geführt. Das Band der Freundschaft ist wieder geschmiedet. Jetzt hat der Gundur doch sein Läden bekommen. Ei, ei, ei. Der Gundur. So, Servus, Meister. Habe die Ehre. Du, pass auf, mit dem Toyo habe ich mal geschwätzt, gell? Und, ähm, der ist entspannt inzwischen wieder. Ne, also entspannt dich mal, verstehst? Ich beuge mich eurem Urteil. Okay. Gut. Mission erfüllt. Streit geschlichtet. Wir kriegen 500 Erfahrung. Sehr gut. Und die Quest ist erledigt. Geld gibt's nicht. Aber gut. Wir haben zumindest ein bisschen Erfahrung gekriegt. Und vielleicht haben wir ein bisschen was auch für das, die, das Miteinander, ne? Was, was Gutes Miteinander angerichtet, wenn man das so nennen kann. Wie auch immer. Okay. Wir müssen unsere Truppe weiter auf Vordermann bringen. Nicht vergessen, gell? Nicht vergessen. Also heißt es, sieh mal bei Kloppen. Die Sau preisen, die finishen. Da sind es die ersten 20 Stück. Kommt her. Da werden die Seeräuber. Nicht weglaufen. Was machst du denn? Die laufen einfach weg, die Feiglinge. Da bleiben. Komm, nimm die alle zusammen. Dann habt ihr doch fast 60 Mann. Dann könnt ihr doch mit uns ein bisschen kloppen. Okay, dann latschen wir den hinterher. Jawohl, die kriegen wir. Das ist immer schneller. Die sind zu langsam, die 31. Die könnten wir erwischen. Aber das Gebirge hier. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das könnte ein blödes Terrain werden für uns. Na ja. Ja, komm. Haben wir sie erwischt, die Burschen. Ich hab keine Angst vor euch. So, haben wir euch Platz. Halt. Hier bleiben, Freunde. Halt, halt. Stopp, stopp. Ganz geschmeidig, gell? Ganz geschmeidig. Schaut, dass man hier das Terrain nicht sieht. Das ist ärgerlich. So, Infanterie. Bogenschützen. So, bleiben. Okay, Rest mir nach, bitte. Oh, ich hab zu viel Bogenschützen dabei, sehe ich gerade. Ja, in der Tat. Ich hab zu viel Bogenschützen dabei. Wie geil ist das denn? Das ist auch mal was Neues, ne? Die Bogenschützen. Formation. Näher aneinander. Dass dir da ein bisschen in Deckung geht, hinter unserer Infanterie. Jawohl, das funktioniert. So, lass die Burschen rückkommen. Ne, wir gehen mal hier runter ein bisschen. Dass die Reiter ein bisschen aus dem Weg sind. Ja, die greifen die Front an. Wobei, ein Teil kommt zu uns. Die kommen alle zu uns. Das verstehe einer. Okay. Angriff, Freunde. Vor den Lotte. Ja, was ist das denn? Ja, immer schön drauf. So, Infanterie vorwärts. Auf geht's. Jawohl. Dübel. Mein Bogenschütze. Moment. Meine Spezialität hier. Jawohl. Ja, ja. Was? Was ein Gemetzel. Was ein Gemetzel. Da läuft noch jemand. Da bewegt sich noch jemand. Moment. Ist erledigt. Und den Helden da drüben, den kriegen wir auch noch. Oh je, den muss er so aufgestiegen. Sehr schön. Ah, wunderbar. Sehr schön. So. Dem haben wir seine Schmalzlocke abgetrennt. Ach, das war's schon, oder was? Ist okay. Ja, so. Einen verwundet. Einen zwei verwundet. Okay. Das geht eigentlich. Ist nicht so schlimm. Ja, jetzt gibt's wieder ein paar neue Freiwillige. Zehn Stück an der Zahl. Und Scharfschütze. Jawohl. Ne, hat schon was gebracht. Schon aufgelevelt. Bogenschützen. Meisterschützen. Geübter Nordstreiter. So muss sein. Sehr schön. Läuft langsam. Okay. So, haben wir noch ein bisschen gedönst. Genau. Ein bisschen Loot vielleicht. So zum Einstecken. Ach, das ist alles so billig. Billiballe. Alles unter 100 lasse ich liegen. Es nehme ich gar nicht mit. Es ist den Aufford nicht wert. Die Mühe. So, Jeremus. Pass auf. Du bist aufgestiegen. Das freut uns persönlich. Schauen wir dich kurz an. Du hast ein Hand dabei inzwischen. Genau. Waffenmeister geht bis 100. Schlagkraft ist ja schon Level 2. Reiten Level 2. Was machen wir mit dir? Wir pushen dich so ein bisschen mit in Richtung Ausbilder. Gell? Das, da war was. Genau. Ähm. Da könnte man entweder Reiten 3 draus machen. Oder nochmal ein bisschen Ausbilder. Das ist die Frage. Ja, ich mache fast lieber noch ein bisschen Ausbilder. Ja. Ich mache lieber noch Ausbilder mit ihm. Okay. Ne, wir brauchen die Punkte schließlich für unsere lustige Truppe hier. Nochmal Meisterschütze. Jawohl. Zwei Meisterschützen schon dabei. Ne? Wieder was für unsere Burg. Sehr gut. Was haben die nächsten Prinzen? Da sind nochmal 23 Seeräuber. Aber die sind wahrscheinlich ein bisschen zu schnell für uns. Anno. Da hinterher. Verstehst? 5,2 ist die Frage. Hm. Ne, kriegen wir nicht. Nein. Kriegen wir nicht. Okay. Dann in Richtung Riva-Check. Was ist jetzt? Grenzstreitigkeiten. Die Vegiere und die Kergit. Okay. Ja gut. Dann sollen die sich ruhig ein bisschen in die Haare kriegen. Bin mal gespannt, wann bei uns der nächste Schlag losgeht. Da drüben ist Klopperei. Moment. Da müssen wir gleich mal hin. Menschenäger gegen Seeräuber. Ui, das könnte interessant werden. Ah, die sind wieder abgehauen. Ah, die haben die Menschenäger. Oh, die haben. Schau mal hier. Ambrose-Schütze und was sie alles dabei haben. Gleich mal hinterher. Die holen wir uns. 5,1. 5,2. Die kriegen wir. Ja, ja. Schöner Kopf, ich weiß. So. Schon haben wir ihn. Oh Gott. Nein. Ganz schlecht. Ganz schlecht ist Terra. Oh, oh. Nicht gut. Ja, mit den Pferden im Geburt. Die Bürger, ne. Das ist nicht wirklich prickelnd. Da könnten wir jetzt unter Umständen auch ein bisschen ein paar Leute verlieren, wenn es dumm läuft. Einfach der Terrain-Nachteil. Okay. So. Infanterie. Bogenschützen. Und. Halt nicht mal an falsche Taste. Die Kavallerie. Absitzen. Knüppler absitzen. Helden absitzen. Wo sind's die Burschen? Na, die kommen langsam. Okay. Na, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Sau blöd dieses Terra hier. Aber ehrlich. Sau blöd. Okay. Da wird geschossen. Na, immer schön drauf, Freunde. Okay. Schicken wir mal alle vor. Bis auf die Bogenschützen. Treffe ich gar nichts von hier. Ich seh ja nicht einmal was. Treffe ich bloß die eigenen. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Also, Freunde. Auf geht's. Lass mich da mal durch. Nein, die Burschen sind gut. Die Burschen sind gut. Ich bleib mal hier halt mich ein bisschen zurück. Dass ich nicht so viel Schaden kassiere. Das macht alles unsere tolle Infanterie. Sehr gut. Ja. Muss ich, glaube ich, nicht allzu viel machen. Passt. Läuft bei uns. Ach, einer flieht. Mein Gott. Sollen wir den holen? Ja, komm. Wir... Ah, da hinten ist er. Ja. Wir rennen mal hinterher. Mit unserem Pferd. Hallo. Schnell. Flott. WD. Gas gebe. Da unten ist er. Der Feigling. Ja, ich sehe ihn. Hinterher. Wie er einfach abhaut, ne? Na gut. Er hat's geschafft. Er ist erfolgreich abgehauen. Was soll's? Wir haben keinen verloren. Wir haben ein paar neue Freiwillige. Und... Ja, wir haben hier auch ein paar neue hübsche Anwärter. Rodog. Ambrostschütze. Nehmen wir mit. Menschenjäger. Nehmen wir auch mit. Jetzt habe ich wieder... Ah ja, jetzt habe ich wieder zu viel... Zu viel Leute hier am Start. Ne? Mehr geht nicht. Okay. Da nehmen wir noch ein bisschen Krempel mit. Kleines Geld. Ja, und das ist wieder nur Müll. Was ist das hier? Dich nehme ich nicht mit. Du bist zu wenig wert. Dankeschön. Einige Truppen können befördert werden. Das sehe ich doch sehr gerne. Nord-Wert-Terran. Und Hus-Karl am Start. Jawohl. Läuft. Ne? Alles gut. Alles prima bei uns. So kann man die Truppe auch hochziehen. Uxal wird nicht länger belagert. Seeräuber. Ah, habe ich gesehen. Ja, die kriegen wir. 37 Stück. Ne? Das gibt wieder leckere Erfahrungspunkte. Da bleibst. Hier wird nicht weglaufen. Sagen ich doch. Ja, ja. Jetzt ist es mal aus. Die Maus. Verstehst? Da bleiben. Hier wird nicht gelacht. So. 1, 2. Vorwärts. Zapfrei. Krieger. Ja, hallo. Lasst mich hier mal bitte durch. Dankeschön. Ich wollte schon sagen, ihr sabotiert mich hier gerade. Und Pfeilhagel. Werte Freunde. Und die Pferdchen vor. Bitteschön. Die Pferde vor. Infanterie vor. Oh Gott. Herr Franzi, ich habe sie fast aber sauber drüber geschlagen. Ei, ei, ei. Hallo? Kannst du auf mein Pferd so hauen? Da reagiere ich ein bisschen unentspannt. Hau den doch mal weg, bitte. Naja, jetzt müssen ja unsere Truppen die Erfahrungspunkte kriegen. Aber ich will auch ein bisschen Erfahrung. Aber wenn ich nichts treffe, dann wird das nichts mit der Erfahrung. Ah, schon viel besser. Wunderbar. Wunderbar. Naja, die sind jetzt wieder versprengt. Alles klar. Thema erledigt. Die Truppe freut sich. Haben wir jetzt überhaupt wieder einen Verlust gehabt? Ich habe keine Ahnung. Ach, die Verwundeten. Ja, mein Gott. Das ist ein bisschen verwundeter. 14 Seeräuber. Schaut euch das an. Da geht was. Da bin ich schon wieder am Limit. Bin ich schon wieder am Maximum angelangt. Muss ich schon wieder in die Burg? WG Ritter. Oh Gott. Da habe ich mich irgendwie verklebt, glaube ich, hier. Beim Upgraden. Dann muss ich sogar 5 Seeräuber zurücklassen. Was für eine Schmach. Ah, 40 erhellen. Jawohl. 40 erhellen, dass wenigstens ein bisschen was wäre. Halt, nee, stopp. Das ist wieder Crab. Den lasse ich da. Danke. So. Wir sind hier bei Kurav. Ja, komm. Dann geht es nach Kurav. Unsere Truppe ist kaputt, habe ich gesehen. Da sind wieder ein paar Verletzte. Jeremus, der alter Simulant. Aber die Irmi ist zum Glück fit. Die hat ja auch so ein bisschen Wundbehandlung. Also da sollten sich die Burschen ein bisschen erholen. So, dann. Waffenhändler. Den ganzen Dreck. Weg damit. Zack, 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 zack. Alles Geld. 800 Dinar. Das klingelt. Ah, Freundschaftspreise hier, wa? Ich merke schon. Absolute Freundschaftspreise. Okay. Zurück nach Zilbaut. Zu unserer Burg. Wieder ein paar Seeräuber stationieren. Und Truppen können schon wieder befördern. Das geht so schnell. Scharfschütze. Jawohl. Sehr gut. Geübter Ambrostschütze. Aber ich glaube, in Kriegszeiten wird man noch viel besser leveln, weil einfach viel mehr Gekloppe ist. Aber es ist halt auch gefährlicher, ne? Auf der anderen Seite. So, okay. Also Huskal. Drei Stück. In die Burg. WG-Meisterschütze. In die Burg. Roddok. Scharfschütze. In die Burg. Also wir haben jetzt hier schon einiges stationiert. Oh, sind drei Seeräuber abgehauen, oder was? Das ist eine Frechheit. Die sind einfach geflohen. In 20 Tagen ist die Bodenstation fertig. Die sind einfach abgehauen. Das glaube ich ja gar nicht. Diese Bösen ist... Das gilt nicht. So was. Eine Frechheit. Naja. Okay. Also, Moment. WG-Reiter. Da gibt es noch WG-Ritter. Da gibt es noch 120. Kostet das Befördern. Alter. Sehr Wahnsinn. Okay. Also wir haben... Schütze, Schütze, Schütze. Das heißt, wir haben 25... Gute Schützen. Okay. Das ist noch kein Meisterschütze. Aber die sind schon mal gut. Also 25 Top-Schützen. Und wir hätten... Auch 24... Sehr gute bis gute Infanterie. Und die Ritter. Ja, mein Gott. Also das ist schon mal eine lustige Truppe. Wenn du da mit 60, 70, 80 Rekruten vorbeikommst, gewinnst du trotzdem nicht. Gegen diese Truppe hier. Die bügeln das wahrscheinlich weg. Okay. Na dann. Wer seid ihr? Ach, die Saraniden und Roddok haben Frieden geschlossen. Na dann. Ach, Deserteure. Oh mein Gott. Deserteure. WG-Bogenschützen. Kommt, holen wir uns. Ah, wobei. Die sind zu schnell. Sind zu schnell. Okay. Dann geht es mal nach Dirim. Ausnahmsweise. Der Liebe geht an den Tour. Ja, von mir aus. Da, schau mal hier. Es klingelt schon wieder. Die nächsten fast 4.000 Dinare landen auf dem Konto. So, Marktplätzchen. Mal gleich schauen, was hier schönes gibt. Pöhrfleisch. Oh, Brot ist günstig. Kauf ich gleich mal ein. Getreid ist auch günstig. Kaffee auch ein. Na, wir machen uns mal eine kleine Einkaufsbummel jetzt. Wir müssen ja schließlich mal ein bisschen so in Richtung Gelage denken. Und da brauchen wir ja eine breite Auswahl, hieß es. So, ab nach Veluccia. Da gibt es, meine ich, Wein in Veluccia. Genau. Wein aus Veluccia. Bier kaufe ich bei den Schwaben. Sonst habt ihr nichts, gell? Ne. Öl. Das ist aber auch teuer, finde ich. Ei, ei, ei. Wobei, eigentlich muss ich so knausern. Eigentlich kann es mir egal sein. Ich habe ja Geld. Aber spare in der Zeit. Dann hast du in der Not. Werte Freunde. Oh Gott. Ja, ich weiß. Ich hör schon auf. Ich sag nichts mehr. Spare in der Zeit. Oh, wie poetisch. Weißt du was? Wir kaufen das Schweinefleisch. Das ist gerade günstig. Schadet ja nicht. So, zurück zur Burg. Wo ist unsere Burg? Achso, hier ist sie. Wir hatten mal die Burg versteckt. So war es aber auch. Reiche los, Franz Josef, mit deiner lustigen Truppe. Das ist jetzt die Frage. Dieses Schweinefleisch oder was das war, was wir da gekauft haben. Das hat ja eine gewisse Halbwertszeit. Das haben wir ja auch schon erlebt. Dass wenn man das im Inventar mit sich rumschleppt, dann ist es irgendwann nicht mehr so ganz frisch. Und irgendwann ist es dann verfault. Und du kannst das nicht einmal deinem übelsten Feind mehr anbieten. Weil sowas gehört sich einfach nicht. Da bin ich mal gespannt, ob das auch verschimmelt, wenn wir es hier im Burginventar haben. Mal ausprobieren. Also, pass auf. Ich habe hier Schweinefleisch dabei und ich hätte ein bisschen Wein dabei und ein bisschen Getreide. Und da, ja, das gibt es auch noch. Da den Weinbergs auch noch. Sowas sagt dieses lustige Sortieren. Das ist ein Inventar-Tetris, was wir hier spielen. Irgendwie schon. Irgendwie ist es absolutes Inventar-Tetris. Na gut. Also, dann fragen wir jetzt unsere Huldi mal. Was ist jetzt mit dem Gelage? Jetzt pass auf. Also. Die Menge an Nahrung ist großartig. Die Vielfalt ist kaum ausreichend. Kaum. Menge an Getränken. Blablabla. Großartig. Die Vielfalt kaum ausreichend. Gewürze haben wir nicht. Öl haben wir nicht. Insgesamt ist der Tisch kaum ausreichend. Okay. Also zumindest der Wein müsste passen. Man braucht jetzt halt noch Bier und Öl und Gewürze und noch irgendwelche anderen Frisanten. Italien. Das ist ja alles sehr, sehr teuer. Ich stelle schon fest, das ist echt teuer. Und wir können es wieder befördern, hieß es, ne? Oder nicht? Ich glaube, ich habe mich verlesen. Okay. Ich habe mich verlesen. Was soll's? Aber momentan. Da könnte man ja mal hier rüber schauen. Äh. Nach Nara. Genau. Wir schauen mal zu den Kergit. Die müssten ja sowas haben. So Gewürze und so, ne? Und günstig Öl. Könnte ich mir vorstellen, dass die Burschen haben. Oh. So günstig ist das gar nicht. So günstig ist das gar nicht. Nö. Die haben auch sonst keinen Schnapp. Okay. Flachsbündel ist 91. Ist okay. Kaufe ich mal. Aber ansonsten bin ich mal eher enttäuscht hier von der Stadt, ne? Ist wenig da irgendwie. Was habt ihr so? Oh. Flachs auch sehr günstig. Getreide 5 kaufe ich. Nö. Wenn es so geschenkt ist, dann muss man das haben. Halma. Schauen wir mal nach Halma. Haben wir ja auch schon mal eine Handelskarawane, glaube ich, begleitet. Ne? Was aber? Was hast du denn? Wir nähern uns Halma. Der größten Stadt in der unteren Steppe. Ah ja. Die Schwester. Was? Die Schwester. Meine Mutter kam hierhin, um mit Bürgern zu heiraten. Ah ja. Das war so der Zeit, als ich euch traf. Ja dann. Erzähl mal. Die Gag-Kids waren schon immer da. Handeln, rauben. Ja, schön. Ja toll. Das freut uns. Diese langweilige Geschichte. Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Denn ich brauche hier Zeug. Verstehst? Ich brauche hier Öl und das ganze Zeug. 508. Das wird immer teurer. Was machen die nur? Da kannst du das Flachsbündel haben. Das wird ja immer toll. Butter 172. Das sind ja alles Freundschaftspreise hier, wa? Nichts daran verdient. Wobei Butter 172 ist glaube ich okay. Bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen teuer eingekauft. Wir werden sehen. Getreide verdreit sind. Da mit Getreide, da kann ich euch jetzt zuwerfen. Mit dem Getreide. Alles mit dem Öl ist echt nicht einfach, ne? Ole 102. Naja, ja doch. Und das würde auch gehen, ja. Ist auch nicht so schlecht. Aber wir brauchen Öl. Und Gewürze. Und günstig soll es sein, wenn möglich. Ne? Was sind die Lage hier? Ach Gott, da bin ich gar nicht eingeladen. Da kennt mich ja niemand. 441. Okay, das kaufe ich jetzt. Weil woanders war es immer so teuer. Bratjähnchen ist auch ganz schön teuer hier. Wurst zur Hölle sind die Gewürze, Mensch. Hm? Hat von euch niemand Gewürze? Wir brauchen Gewürze. Das sollte man meinen, dass hier bei den Saraniden, dass es da Gewürze gibt. Oliven gibt es. Ja, das ist ja toll. 81, ja. Nehme ich mal mit. Wahrscheinlich futtern das meine Leutchen auf auf dem Weg bis nach Hause, ne? Ich kenne sie doch. Datteln, jawohl. Ah, wobei, Datteln? Datteln essen die wahrscheinlich gar nicht, oder? Ah, ich nehme es mal mit. Kostet ja nicht viel. Ist günstig, genau. Ist billig. Oh, da ist was geplündert. Moment, da müssen wir hier runter. Was gibt es hier? Schweinefleisch. Nö, habe ich schon. Das ist auch geplündert. Leute, hört mal auf zu plündern. Ich brauche Gewürze. Hm? Ich brauche Gewürze. Datteln, ja, auch nochmal günstig. Komm, kaufen wir. Bier 124 kaufen wir. Garantiert nicht. Wenn es jetzt hier keine Gewürze gibt, dann weiß ich auch nicht mehr. Da gibt es keine Gewürze. Das darf nicht wahr sein. Wo zur Hölle sind die Gewürze? Wo sind die Gewürze hin? Hm? Wir haben doch schon mal welche gesehen. Wo sind bitte die Gewürze? Muss ich jetzt da echt hier alles abklappern? Datteln, also Datteln, da kann ich euch totwerfen. Oh, du meintest, ja, die Töpferei, die war gar nicht so schlecht. Die war gar nicht schlecht. Aber ich habe gerade... Oh, Farbstoffe 22. 20, klar, jawohl. Okay, da muss ich... Da kann ich nicht widerstehen, wenn das so günstig ist. Da muss ich es mitnehmen, auch wenn ich die Inventarslots eigentlich für was anderes brauche. Aktuell. Oh, das ist mal ein Schnapp, oder? 101 Reucherfisch. 190 Butter, das ist auch ein flotter Preis. Brathähnchen. Schweinefleisch, kommt Brathähnchen. Nämlich mit, weiß was, wir nehmen den Butter jetzt auch mit. Mir egal. Ist mir doch egal. Ist mir doch Wumpe. Was, Gelage in Tellerock? Ja, ja, du mich auch. Ist mir doch völlig Wumpe jetzt. So, herr mit dem Zeug. Oh Gott. Traurig. Nur Dreck. Nur Dreck. Also, kommt dann. Zur Burg einlagern. Ich weiß, wir sind jetzt irgendwie so... Nur auf Handelsreise im Moment, ne? Da schaut die nächste Kohle auf dem Konto. Wir sind im Moment nur auf Handelsreise. Aber gut, was wirst du machen, gell? Die Vorratskammer füllt sich ja nicht von selber auf. Dass wir da nicht unsere Begleiter losschicken können. Das verstehe ich nicht. Was? Nein, nein. Äh, Speisekammer auffüllen, meine ich. Also, das verstehe ich nicht, dass ich nicht sagen kann. Ja, ich möchte meine Begleiter losschicken. Dass die den Blödsinn auffüllen. Das muss doch möglich sein. Aber ist es offenbar nicht. Offenbar ist das zu schwierig. Ich bin halt da genauso, gell? Mit dem wenigen, aber gut. Ist mein Inventar hier eigentlich begrenzt? Ich glaube schon. Ja, wobei, da ist noch viel Platz. Da ist noch viel Platz. Okay, jetzt, wie sieht's aus? Äh, Menge ist großartig, kaum ausreichend. Getränke ist großartig, aber Vielfalt kaum ausreichend. Gewürze haben wir nicht. Michgrig, genau. Öl ist großartig. Aber immer noch kaum ausreichend. Warten wir also, na gut. Äh, es ist so, es ist echt, äh, schwierig, stelle ich fest. Das ist eine C-Geschichte. Ich komme langsam zu der... Oh, ein schwäbischer Recruit, schau an. Ich komme langsam zu dem Schluss, dass es sich wahrscheinlich gar nicht lohnt, sowas zu machen. Ne, so ein Gelage. Irgendwie scheint das wirklich nur ein Draufzahlgeschäft zu sein. Aber wo gibt's denn die Gewürze, Mensch? Hier drüben, oder was? Es muss fast da drüben sein. Es muss fast da drüben sein. Schau mal da mal hin. Na, wenn's da auch keine Gewürze gibt, dann bin ich echt mal überfordert. Also das glaube ich nicht. Da gibt's auch keine Gewürze. Was ist denn das hier? Würste? Ja, ja, Würste nehmen wir mal mit. Ah, Bier kann ich hier günstig einkaufen. Okay, kaufe ich hier. Ja, reicht mir, oder? Reicht. Jo. Wo sind die Gewürze, Freunde? Das ist Getreide. Ne, ich hab jetzt genug Getreide. Ich will kein Getreide mehr. Das Getreide hängt mir bei den Ohren raus. Banditen. Jawohl, komm, die hauen wir weg. Mir nach. So, schicken wir mal. Ah, Moment. Infanterie. Vorwärts, Mädels. Vorwärts, Mädels. So, auf geht's, ihr Bauern. Ah, schau an. Das sind die Banditen. Der hat gleich mal Stahl gefressen. Da bleibst. Der ist tot. Sehr schön. Auf geht's. Da haben wir die Bauern. Hol die Jungs. Hol die Jungs weg. Jawohl. Der ist glatt. Da haben wir die Bogenschützen noch weg. Sehr gut. Der ist auch kaputt. Jawohl. Da. Alle, alle glatt. Alle kaputt. Wer hat doch gelacht. Komm, die da oben machen wir auch schnell kaputt. Oh, die Irme ist schon wieder bewusstlos. Das habe ich gerade noch gesehen. Sehr unschön. Oh. Okay, Moment. Ja, sehr schön hat's den gelupft. Ah, wunderbar. Franz Josef. Du alter Scharfschütze. Du alter Scharfschütze, die irgendwie ist als einzig Hopps gegangen. Ja, gut. Ach. Ja, wisst ihr was? Wir nehmen das an. Oh, super. Das hat sich gelohnt. Ich habe gedacht, ich kriege vielleicht ein Getreide, ein Gewürz vielleicht. Nein, ja, dann hätte ich es lieber nicht angenommen. Was soll's? Hab's doch wieder ein bisschen gekloppt. Und wo zur Hölle, wo zur Hölle ist das Gewürz? Hm? Reinhard wüsste das jetzt. Na, was mache ich denn? Da will ich gar nicht hin. Ich will da hin. Oliven. Oh Gott, ganz schön teuer. Habe ich die viel zu teuer eingekauft. Ach, was soll's. Zurück nach Tilbaoth. Also, das ist echt mal zäh. Ich glaube, das mache ich nicht mehr mit dem komischen Gelagevorbereiten. Das ist, glaube ich, viel zu anstrengend. Ne, bis du das ganze Zeug dann beieinander hast. Also, muss ich schon sagen. Und jedes Mal, ne, jedes Mal muss ich diese blöde Treppe hochrennen. Warum will meine Werte Frau Astrid, äh, Afrid meine ich, der Meinung ist, dass hier oben viel besser steht als da unten. Was soll denn das? Hm? Was soll denn das? So, jetzt haben sie, schau mal, die haben gleich mal fast alle Würste aufgefressen, meine lustige Truppe. So eine Frechheit. Diese verfressenen Schwaben. Wobei, es sind ja nicht nur Schwaben, ne? Hauen da einfach alles zusammen. Wahnsinn. Wie sieht's mit dem Gelager aus? Also. Was die Vielfalt ist kaum ausreichend. Mengen an Getränken großartig, Vielfalt großartig. Mengen an Gewürzen haben wir nicht. Okay, unser Tisch ist ausreichend. Ja, super. Das ist ja albern. Was wollen die denn noch alles zu essen? Hm? Achso, Moment. Jetzt wollte ich schon, ob das Braten hier Indien schlecht wird. Nee. Keine Fleisch? Nee. Also, wenn's hier im Inventar ist, wird's offenbar nicht schlecht. Okay, das ist gut zu wissen. Mal was gelernt, ne? Alles dann. Servus. Stationiert die Garnission. Genau, stimmt. Äh, hab ich hier noch... Moment, Nordveteran, Bogenschütze. Schütze. Veteran. Milizionär. Okay. Nee, ich hab keine weiteren Elite-Truppen dabei. Nee. Doch, zwei Wege, Ritter. Kommst auch da rein. Elite, Ritter. Kavalerie. Und schon wieder haben sich zwei Seeräuber aus dem Staub gemacht. Ich hab's genau gesehen. Verdammte Acki da. Oh, diese kleinen Betrüger. Nordbogenschützen-Veteranen. 30 Stück. Oh, das dürfte... Ah, wobei, die sind wieder zu schnell für mich. Ja, die sind zu schnell. Wir könnten nochmal ein paar Schwaben holen. Schwäbische Rekruten. Achso, können wir nicht, weil hier minus drei. Okay. Schlechtes Ansehen. Also gibt's hier nix. Ja gut, wir brauchen eigentlich wieder Infanterie. Dann müssen wir zu dem Nord gehen. Ah, beziehungsweise... Wir könnten in unser Dorf gehen. Da hatten wir ja die Mühle, meine ich, beauftragt. So, rekrutiert Freiwillige, genau. Was niemand will sich anschließen, oder was? Habe ich das richtig gesehen? Frechheit. Ach, Honig gibt's da auch noch. Na gut, kaufen wir Honig und Trauben, auch wenn's verdammt teuer ist. Aber das ist zumindest was für unser Inventar, ne? Für die Fete. Honig haben wir, glaub ich, noch gar nicht. Die Mühle ist fertig. Na dann. Bauen wir noch... Eine Schule. Eine Schule erhöht die Loyalität, bla bla bla. Ja, wenn wir, warum nicht, gell? Was 8000 kostet? Okay, ich hab's ja. Auf geht's. Ne, wenn einer die Kohle hat, oder hatte, dann wir. Genau, wir hatten die Kohle. Es war einmal. Also dann, nach Machine, da vielleicht noch ein paar Rekruten einsammeln. Boah, einer, wow. Ein ganzer. Cool. Halt, stopp, was habt ihr so? Lachs kaufe ich. Getreide kaufe ich auch. Okay. Zurück zur Burg, ins Inventar. Ah, das ist echt eine C-Geschichte. Ich find das schade, dass ich das nicht automatisieren kann. Ne, oder, dass ich meiner Afrit sagt, du, pass auf. Ähm. Tu mal die Handelskarawanen irgendwie, ne. Mach mal kurz Geschäftle. Nö. Macht's ja nicht. Hat's ja keine Lust. Offenbar. Die Gute. So, wie sieht's jetzt aus mit dem Gelage? Immer noch ausreichend, der Tisch. Also die Jungs sind echt mal verwöhnt. Geht gar nicht. Aber ich, ich will mich jetzt noch wieder kloppen ein bisschen. Ich muss mich doch ein bisschen hauen. Das ist doch sonst viel zu langweilig. Aber nirgendwo ist Krieg. Nirgendwo ist Krieg. Da magst du jetzt Stimmen geben, die sagen, ja sei froh, dass es nicht Krieg ist. Ne. Den Schwaben vielleicht nochmal irgendwas abspenstig machen. Mal schauen, die Burg Dachios. Ist die befestigt? Oh, da waren 172 tapfere Leute drin. Und die Jungs sind auch nicht schlecht, gell. 156 Mann. Uiuiui. Hier gibt's auch bloß Getreide. Brauche ich jetzt nicht. Hm. Wo kriegen wir die Gewürze her? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Roddok und Kerkitte haben Frieden geschlossen. Überall ist jetzt Frieden, ne? Es gibt gar kein Gelklob hier aktuell. Ob Salz auch zu den Nahrungsmitteln zählt? Wenn ich Salz kaufe? Wäre jetzt die Frage, gell. Oh, Wein ist hier gerade günstig. 110. Das ist ein Schnapp. Kaufe ich mal. Das ist ein Schnapp. Aber hallo. So, wir brauchen noch mehr Rekruten. Komm, auf geht's. Wir müssen wieder... Ach, hier will wieder niemand mitmachen. Was gibt's hier zu kaufen? Lachs, Trauben. Ja, von mir aus auch mal den Honig. Ich verstehe das gar nicht. Warum will niemand zu uns? Wir sind doch so ein netter Franz Josef. Hm? Wir sind doch so ein netter Franz Josef. Da die nächste Kohle auf dem Konto. Jawohl. Die nächste Kohle. Wieder Erfahrungspunkte für unsere Mannen. So, und jetzt renne ich aber zum letzten Mal. Zu meiner Lady Afrid. Weil das ist ja wirklich... Mega anstrengend. Ich glaube, das mit dem Gelagert, das lassen wir dann echt sein. Das machen wir einmal und dann war's das. Komm, rein mit dem Wein. Der Honig kommt auch rein. Dann ist gut. Ein Brot habe ich zu viel, oder? Ja, komm, ein Brot. Nehmen wir mal mit. So, Gelage. Äh, lalalala, bla, bla. Kaum ausreichend. Menge Getränke, großartig, großartig. Gewürze, hm, mickrig. Also ausreichend. Also wir machen hier keinen großen Sprung. Ich merke schon. Naja. Was soll's. Okay, also vielleicht habt ihr noch Ideen, was man da noch einkaufen sollte. Und vor allem, wo es die Gewürze gibt. Also ich habe jetzt wirklich verzweifelt gesucht, aber irgendwie, ähm, ja. Haben wir nichts gefunden. Wie auch immer. Ich sage danke für, ja, 50 Minuten gemeinsam mit euch hier Mount & Blade, ne, wenn ihr so lange dran geblieben seid. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.